Musik Johannes, ich habe beobachtet, dass auf einer Bahnstrecke zweimal hintereinander das gleiche Vorsignal angebracht war. Warum wurde diese Signalisierung so gewählt? Das könnten sogenannte Vorsignalwiederholer sein. Um dieses Thema richtig verstehen zu können, möchte ich den funktionalen Zweck von Haupt- und Vorsignal anhand folgender Animation erläutern. Wir sehen einen schematischen Gleisplan mit mehreren Betriebsstellen. Diese Strecke teilt sich in Blöcken auf und begrenzt werden diese Blöcke immer durch die Signale. Ein solcher Block wird bei genauer Betrachtung gegebenenfalls noch weiter unterteilt in sogenannte Gleisabschnitte. Züge fahren bekanntlich im Raumabstand. Dabei vermitteln Signale Informationen über den Zustand dieser Räume. Hauptsignale haben vor allem den Zweck, dass sie dem Fahrpersonal die Information vermitteln, ob der jeweils nachfolgende Blockabschnitt belegt ist oder für eine Zugfahrt frei bzw. reserviert ist. Das Freisein des Blockes mit eingestellter Fahrstraße wird mit der Stellung Freie Fahrt vermittelt. Der logische Signalbegriff hierzu ist in der Regel ein grünes oder gelbes Lichtsignal, wie hier. Daraufhin kann sich das Fahrpersonal verlassen, dass auf dem folgenden Abschnitt bis zum nächsten Signal alle Fahrwegelemente sich in der richtigen Stellung befinden. Blöcke mit nicht vorhandener Fahrstraße oder belegte Blöcke werden mit rot signalisiert, wie hier oder hier. Dies gilt auch für Blöcke, welche durch die Fahrstraße eines anderen Zuges reserviert sind. Ein Hauptsignal hat also immer Bezug zu seinem Block, auch wenn der dazugehörige Block oft nicht unmittelbar an die Signalposition anschließt. Der relevante Block, der die entsprechenden Zustände reserviert, belegt und frei annimmt, hat also eine Zustandsinformation, die das Signal wiedergibt und an das Fahrpersonal weitervermittelt. Bis jetzt habe ich von Lichtsignalen gesprochen. Signale können aber auch als Formsignal ausgeführt sein. Das Formsignal wird hierbei in der Regel durch Flügel dargestellt, wobei durch Anzahl und Winkel der Flügel die Information an den Lokführer übermittelt werden. Bei Erneuerungen oder Neubauten werden in den meisten Fällen aber Lichtsignale eingesetzt. Diese haben einen schwarzen Signalschirm mit verschiedenen Lichtpunkten. Bei den Lichtsignalen in Deutschland existieren mehrere Untersysteme gleichzeitig, welche unterschiedliche Lichtpunkte für ein und dieselbe Information verwenden. Der spezielle zweigeteilte Aufbau des Lampenstromkreises ermöglicht ein Detektieren verschiedener Fehler, wie zum Beispiel einen Adernbruch, einen Glühfadenbruch oder der Ausfall der Spannungsquelle, aber auch Fehlströme. Die hauptsächliche Ausfallrichtung von Lichtsignalen ist der Zustand, wenn das Signal nicht leuchtet. Bei grünleuchtenden Signalen ist das kein Sicherheitsrisiko, aber ein Verfügbarkeitsthema. Daher ist die Schaltung so, dass bei einem defekten grünen Lichtpunkt wenigstens ein restriktiverer Signalbegriff erscheint, zum Beispiel das Signalbild für die Langsamfahrt anstelle eines Signalbildes, das eine höhere Geschwindigkeit erlauben würde. Bei rot leuchtenden Signalen ist der Ausfall sehr wohl ein Sicherheitsrisiko. Hier gibt es meistens mehrere Redundanzen. Das ist zum Beispiel der zweite Glühdraht in der Zwei-Fahren-Lampe oder das Ersatzrot als eigener Lichtpunkt und nicht zuletzt der reflektierende Signalmast des dunkel zeigenden Signals. Selbst bei den Formsignalen ist das Fail-Safe-Prinzip seit der Wiege der Eisenbahn verwirklicht. Fahrtfrei wird mit einem nach oben stehenden Signalflügel vermittelt. Gäbe es beispielsweise einen Kabelriss, dann fiele dieses Signal mittels Schwerkraft auf Halt und eine mögliche Zugfahrt wird verhindert. Aber Signale vermitteln mehr als das. Sie vermitteln auch zulässige Geschwindigkeiten, entweder über den nominalen Signalbegriff selbst oder über entsprechende Zusatzanzeiger. Diese Zusatzanzeiger zeigen meistens eine Zahl, deren Multiplikation mit 10 die zulässige Geschwindigkeit ergibt. Bei Streckenbereichen, die sich verzweigen, also wie hier, gibt es zwei oder noch mehr Blöcke mit jeweils unterschiedlichen Richtungen. Wir sprechen von Fahrwegen oder Fahrstraßen. Hier bezieht sich ein Signal auf mehrere mögliche Blöcke, also auf diesen und auf diesen. Je nachdem, welche Fahrstraße eingestellt ist, wird danach ein diesbezüglicher Fahrtbegriff angezeigt. Wenn die Fahrstraße hier im Abzweig eingestellt ist, dann zeigt sie Fahrt mit reduzierter Geschwindigkeit. Das sind bei Lichtsignalen dann oftmals das Signalbild mit den Lampen gelb und grün. Als Hauptsignale gelten Einfahrsignale wie hier, Ausfahrsignale wie hier, Zwischensignale wie hier, Blocksignale wie hier oder Deckungssignale wie hier. Einfahr-, Ausfahr- und Zwischensignale sind Hauptsignale des Bahnhofbereiches. Blocksignale und Deckungssignale sind vereinfacht formuliert Hauptsignale der freien Strecke. Während Blocksignale lediglich vor Blöcken ohne irgendwelche Weichen vorgeschaltet sind, haben Deckungssignale zusätzlich die Aufgaben, Gefahrenpunkte wie Weichen abzudecken. Man findet letztere z.B. bei Abzweigungen oder anderen besonderen Gefahrenstellen. Nun zu den Vorsignalen. Vorsignale gibt es nur aus einem einzigen Grund. Vorsignale bilden das Signalbild des dazugehörigen Hauptsignals ab. Man braucht sie immer dann, wenn die Sichtdistanz zum Hauptsignal nicht ausreicht. Diese reicht aus zwei Gründen nicht aus. Erstens, wenn Züge solche Geschwindigkeiten fahren, die einen Bremsweg erfordern, für welche die Sichtdistanz zu kurz wäre. Wir sprechen da meistens schon von ca. 40 oder 60 kmh oder mehr. Da viele Bahnsysteme sich fast immer in solche Geschwindigkeitsbereichen oder darüber aufhalten, gibt es auch sehr oft Vorsignale. Der andere Grund sind Sichteinschränkungen, aufgrund von Trassierungseigenschaften und durch verbaute Sichtbereiche. Oftmals hört man den Sachverhalt, dass die minimale Länge eines Blocks von den Bremswegen abhängt. Das ist zwar richtig, aber daraus werden oft verschiedene irrtümliche Schlussfolgerungen gezogen. Beispielsweise, dass bestimmte Zuglängen bestimmte Blocklängen nicht überschreiten dürfen. Oder dass die Bremswege nur von Hauptsignal zu Hauptsignal reichen dürfen. Der wahre Grund ist aber physikalischer Natur und hängt einzig und allein von den Standorten des Vorsignals ab. Wie ich bereits erwähnt habe, muss das Vorsignal mindestens im Bremswegabstand zum Hauptsignal stehen, und zwar bezogen auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Rein theoretisch könnte man bei sehr langen Bremsweglängen dann auch sehr lange Vorsignaldistanzen schaffen. Da aber jedes Vorsignal nach strenger Regel nur immer für das nächste Hauptsignal gilt, darf ein Vorsignal auch nicht räumlich vor dem vorigen Hauptsignal stehen, also vor diesem hier, weil sonst das Fahrpersonal einen falschen Bezug herstellen würde. Es würde denken, dass das Vorsignal zu diesem Hauptsignal gehört, was falsch ist. Daher dürfen Vorsignale nicht weiter wegstehen als das vorige Hauptsignal. Oder anders formuliert, die minimale Blocklänge kann maximal der Vorsignaldistanz entsprechen. Aufgehoben wird diese Logik dann beispielsweise durch die Verwendung von Mehrabschnittssignalisierungen und bei Fahrerstandssignalisierungen, welche dann durch eine frühe Ankündigung des Signalbildes am Hauptsignal sehr geringe Blockabstände erlauben. Bei eingeschränkter Sicht, beispielsweise bei Kurvenbereichen, bei welchen man nach der Vorbeifahrt nicht auf das Hauptsignal sehen kann, gibt es die sogenannten Vorsignalwiederholer. Diese haben ihre Bezeichnung dadurch erhalten, dass sich das Vorsignal wiederholt, im Sinne, dass ein weiteres Vorsignal mit identischem Signalbild und Signalbegriff räumlich versetzt angeordnet ist. Doch welchen Zweck hat ein Vorsignalwiederholer, wenn das Fahrpersonal bereits beim ersten Vorsignal das entsprechende Signalbild gesehen hat? Einerseits sind sie eine zusätzliche Sicherheitsredundanz, wenn beispielsweise das Fahrpersonal wegen der Sichteinschränkung vergessen hat, dass ein Halt zu erwarten ist. Im anderen Fall dient es der Fahrzeit und Leistungsfähigkeit. Nämlich, wenn nach der Vorbeifahrt am ersten Vorsignal die Fahrstraße gestellt wird und das Hauptsignal auf freie Fahrt geht. Dann kann nämlich der Fahrer durch den Wiederholer früher erkennen, dass er wieder beschleunigen kann. Okay, verstehe. Vorsignale wiederholen immer den logischen Signalbegriff des Hauptsignals, damit das Fahrpersonal rechtzeitig handeln kann. Genau so ist es. Bahntechnik und Bahnbetrieb ist die Videoserie, die die umfangreiche Bahnwelt nachvollziehbar erläutert. Schaut es euch an! Musik Amen. Amen.